Wir bereiten jetzt den Teig für unseren Stromboli vor und zwar schreibe ich euch alle Zutaten unten in die Infobox. Wir benötigen 600 Gramm Mehl, 300 Milliliter lauwarmes Wasser, 50 Milliliter Olivenöl, einen halben Teelöffel Zucker, zwei Teelöffel Salz, frische Hefe und die packen wir jetzt hier erstmal rein und lösen sie auf und dann legen wir los mit unserem Teig. Das kommt jetzt alles hier rein und dann verrührt ihr das nochmal. Salz und Zucker habe ich jetzt hier rein und das vermenge ich jetzt. Und dann kommt das Olivenöl dazu. Als nächstes kommt das lauwarme Wasser mit der Hefe dazu und jetzt vermengen wir das Ganze. Der Teig ist jetzt fertig, den lasse ich jetzt abgedeckt 40 bis 50 Minuten gehen, schön in die Wärme und in der Zwischenzeit mache ich jetzt meine Füllung. Ich zeige euch jetzt die Sachen, die ich benötige für meine Füllung. Ihr könnt es natürlich nach eurem Geschmack machen und zwar habe ich jetzt hier Thunfisch, getrocknete Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und eine scharfe Peperoni, was ich mir auch noch sehr gut vorstellen kann für die Füllung ist, zum Beispiel Schafskäse mit Spinat und dann eben auch Zwiebeln und Knoblauch und so weiter. Aber ich mache jetzt diese Variante hier. Ich dünste jetzt erstmal die Zwiebeln und den Knoblauch an. Als nächstes gebe ich die getrockneten Tomaten dazu. Ihr könntet jetzt zum Beispiel noch frische Champignons dazu geben. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht, war sehr, sehr lecker, habe ich jetzt aber gerade leider keine da. Deshalb nehme ich einfach ein anderes Gemüse und zwar frische Paprika. Und als nächstes kommt jetzt der Thunfisch dazu. Jetzt gebe ich noch Tomatenstücke dazu. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen. Und dann würze ich das Ganze noch mit Salz, Pfeffer und Majoran. Und zu guter Letzt gebe ich noch Frühlingszwiebeln dazu. Und dann schauen wir mal nach unserem Teig. So sieht er jetzt aus, der Teig, nach 30 Minuten. Aber ich lasse ihn noch ein bisschen abgedeckt, damit er noch weiter aufgehen kann. Die Soße, die lasst er schön weiterhin köcheln, damit das Ganze reduziert. Und ich gebe dann jetzt als nächstes noch die scharfe Peperoni dazu, Peperoncini. Ich habe mir jetzt Mehl auf die Arbeitsplatte und das ist mein Teig. Den werde ich mir jetzt aber erstmal durchschneiden. Und dann rollen wir das Ganze aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen Olivenöl drauf. Und als kleinen Tipp für euch, legt euch das am besten gleich schon aufs Backpapier. Dann habt ihr nicht so große Schwierigkeiten, euch das dann in die Kasserole zu legen. Oder eben auf das Rost vom Backofen. Ich hole jetzt die Füllung und zeige euch das Ganze dann. So sieht die Füllung jetzt aus. Und wie gesagt, die kommt jetzt auf den Teig. So sieht der Belag jetzt auf dem Teig aus. Jetzt kommt noch Käse drüber und das Ganze wird noch eingeschnitten. Ich wollte euch noch zeigen, wie viel übrig geblieben ist. Da könntet ihr euch zum Beispiel am nächsten Tag Nudeln abkochen. Und dann hättet ihr auch eine leckere Soße dazu. Als nächstes müsst ihr euch den Teig dann so einschneiden. Und dann eben die Seiten aufeinander legen und flechten. Und so sieht er jetzt aus. Ich wollte euch noch dazu sagen, dass ich noch eine ganze Portion Teig übrig hatte. Da könnte man natürlich noch ein Stromboli draus machen. Aber meine Kinder wünschen sich jetzt noch Pizza dazu. Ich habe jetzt den Molex vorgeheizt und auf den Stromboli natürlich noch Käse. Und jetzt kommt diese Kasserole eben hier in meinen Molex. Und das Ganze etwa für 20 bis 25 Minuten. Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt die Pizza für meine Kinder fertig. Schaut mal, wie riesig die geworden ist. Tomatensauce habe ich jetzt auch noch schnell gekocht und belege das Ganze jetzt. So, 22 Minuten war er jetzt hier im Molex. Mein Stromboli. Okay, ich richte den mal an und zeige euch den jetzt mal aufgeschnitten. So, jetzt schneiden wir das Ganze mal auf. Und einen Salat gibt es natürlich auch dazu. Wie immer, ich habe einfach Schafskäse klein geschnitten, Gurken, Tomaten und Balsamico-Essig dran, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Wie immer, ich habe einfach Schafskäse klein geschnitten, Gurken, Tomaten und Balsamico-Essig dran,